Athleten aus aller Welt kamen am Sonntag zur Wintersaisoneröffnung unter besten Bedingungen nach Meierhofen im Zillertal. Dabei mussten sich die Sportler in diesem spektakulären Staffelwettbewerb sowohl auf dem Boden wie in der Luft beweisen. Jeweils vier Teilnehmer kämpfen zusammen als Team um den Sieg. Zu den Disziplinen zählen Skibergsteigen, Mountainbiken, was als Rise, also als Aufstieg bezeichnet wird, sowie Paragliden und Skifahren bzw. Snowboarden, was dann unter der Rubrik Fall eingeordnet wird. Das ist also der Teil, wo es bergab geht. Insgesamt nahmen 85 Mannschaften teil und gewonnen hat mit 39 Minuten und sieben Sekunden das Team Red Bull bei dieser siebten Ausgabe der Veranstaltung. Die gute Mannschaft! Die Nummer 3 gewinnt die siebte Auflage!